Hallo. Hallo Peter, grüß dich. Jetzt darf ich dich fragen, wie du heißt. Ja, mein Name ist Julian Malte Hatem Schindeler. Julian Malte Hatem Schindeler. Genau. Okay, und du bist beruflich? Achso, ich bin Künstler, Kunsthistoriker, Kurator. Das sind so wahrscheinlich die drei wichtigsten. Unternehmer, die vier wichtigsten. Die vier wichtigsten. Hast du Kunst studiert? Nee, ich habe Kunstgeschichte studiert und Philosophie. Okay, also ein Philosoph und ein Kunsthistoriker. Wie nimmst denn du unsere Gegenwart wahr mit den ganzen Konflikten, die es so weltweit gibt oder Problemen, die es so weltweit gibt? Anstrengend für alle Beteiligten. Und ich glaube, dass gerade die falschen Geschichten erzählt werden. Ich glaube, das ist der Kern der Problematik. Also ich denke, dass wir eigentlich gerade hier in Deutschland, im Westeuropa, in der sichersten und saturiertesten Zeit leben. Und trotzdem eilen wir von einer Krise zur nächsten. Es kommen zu viele Veränderungen, auch technologischer Natur, geopolitischer Natur. Das verunsichert die Menschen. Und aus dieser Verunsicherung müssen wir rauskommen. Und dafür brauchen wir die richtigen Geschichten. Was wären denn die richtigen Geschichten? Ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht, das heißt Memnosyna. Das war für die Europäische Kulturhauptstadt 2019 in Plovdiv, in Bulgarien. Das ist die älteste Stadt Europas, 8000 Jahre alt. Und da ging es darum, Hauptnarrative der europäischen Identität zu identifizieren. Und das zu feiern auch. Nicht abgrenzend, die anderen doof, wir sind die Besten, sondern sich eigentlich mit dem eigenen aber zu identifizieren. Aber Europa ist doch eigentlich durch als Idee. Nein. Das sage ich jetzt mal so froh. Das kannst du gerne tun. Ich glaube, Europa hat sozusagen noch, die große Teil Europa steht noch bevor, wenn man so ist. Wir haben Europa auf politischer Ebene immer nur wirtschaftlich gedacht. Das ist korrekt. Aber kulturell und rein historisch, also faktisch, ist Europa ein Kulturkreis, der im ewigen Austausch entstanden ist. Und natürlich auch mit der islamischen Welt, das haben wir auch heute gehört. Und Abi Warburg, mein Lehrer unter anderem, hat gesagt, Europa ist ein Auseinandersetzungsphänomen. Kultur ist allgemein ein Auseinandersetzungsphänomen. Da würde ich mitgeben. Ich frage nochmal nach. Wir haben einen Vortrag gehört heute und gestern. Aber das wissen ja unsere Zuschauer jetzt nicht. Also inwieweit spielt der Islam denn in Europa hinein? Historisch oder heute oder? So grundsätzlich mal. Also du hast gerade so gesagt, es gibt einen Austausch auch mit dem Islam. Der Islam ist ja heute in unserer Zeit oft ein Feindbild. Ja, ich glaube als Popanz, als konstruierter Anderer, aber natürlich auch. Der politische Islam ist eine politische Religion und die ist immer totalitär, weil sie sozusagen das Handeln der Menschen und die Institutionen bestimmt. Und wir brauchen ganz klar auch eine Trennung in der islamischen Welt. Das ist auch nicht Aufgabe der Europäer oder des Westens dafür zu sorgen. Nation Building ist ein bisschen schief gegangen bisher. Aber ich denke, dass Europa und die islamische Welt ganz, ganz eng verbunden ist. Zum Beispiel kann man davon sprechen, dass mit dem Mittelalter der Movens der Geschichte aus der attischen, romanischen Welt in den mittleren Osten gewandert ist. Also man spricht ja vom goldenen Zeitalter des Islams, von 700 bis 1100 etwa. Und die standen sozusagen auch auf den Schultern von Riesen wie unsere Philosophie, von Aristoteles, dem Platonismus. Die ja alle mal dort waren auch in der islamischen Welt. Ja, bevor es die islamische Welt natürlich gab. Ja gut, das stimmt, ja. Oder wir haben auch in diesen Vorträgen über Goethe gehört. Das ist ja nun bekannt, dass der sich mit dem Oktzident und dem Orient auseinandergesetzt hat und so weiter. Und das auch durchaus als Austausch, als Ergänzung, als Erweiterung verstanden hat. Ja, ich denke, Peter, dass wir momentan einen Fehler machen und das ist auch meines Erachtens bei dieser Konferenz virulent. Und zwar sagen wir der Islam. Und über meine Arbeit mit Elshan Ghassimi, einer persischen klassischen Musikerin, einer der wenigen Frauen in der Tradition. Die auch schon hier saß. Ja, hast du die auch schon interviewt. Und genau, und ich denke, über sie habe ich gelernt, was klassische persische Kultur ist. Die auch natürlich die größten, wichtigsten Dichter, Rumi, Hafiz, Fedosi, sind ganz stark beeinflusst. Das waren islamische Mystiker. Zumindest bei Rumi kann man das definitiv sagen. Aber die Frage ist, was ist eigentlich klassische Kultur? Und das ist nochmal zurück zum Memosime-Projekt. Das ist das, was wir uns heute fragen sollten. Was sollte überliefert werden und was sollte zum Beispiel auch aus der Türkei, aus dem Iran, aus Tatschikistan, aus Afghanistan, aus den Maghreb-Staaten, was sind da eigentlich die klassischen Elemente? Ist das immer nur Islam? Ist das immer nur Religion? Wie langweilig? Na gut, auch das Christentum ist natürlich... Ja, aber niemand spricht über das Christentum. Wir sprechen noch von französischer Kultur, italienischer Kultur. Aber durchaus christlich geprägt. Also das spielt da schon eine Rolle, ob das italienische Kultur ist. Ich meine schon, wenn wir die Architektur angucken, da spielen die Kirchen ja immer eine Rolle. Unbedingt, unbedingt. Ja, also ob das auch in Frankreich, also eigentlich in der ganzen christlichen Welt. Und die ist ja auch sehr unterschiedlich. Also die französische Kultur, gut, das ist natürlich nah, ist sicher anders als die italienische Kultur. Oder wenn wir die polnische Kultur nehmen, das ist ja nochmal weiter weg, geografisch. Also da gibt es Unterschiede. Und trotzdem ist das natürlich irgendwie ein christlicher Bereich. Ja, und man kann auch sicherlich von einem engeren Zirkel an Austauschphänomenen sprechen. Und das determiniert dann die Kultur. Du hast vorhin gesagt, eingangs, als ich dich fragte, wie du die Gegenwart wahrnimmst, dass du es schwierig wahrnimmst. Was sind denn für dich die größten Probleme? Distanzverlust. Dass die Leute sich nicht mehr zufrieden geben können mit ihrer eigenen Gegenwart, weil sie als Norm die ganze Zeit, die ganze Welt offen haben. Ich habe eine Ausstellung gemacht vor einigen Jahren, die hieß Handlungsbereitschaft. Es geht zu einer Generation am Ende der Geschichte über die eigene Generation der zwischen 1990, 1980 und 1990 Geborenen. Und da kommt eine Zeile, die stammt gar nicht von mir, sondern von einem Autor. Der hat gesagt, die Freiheit wird als Außendruck wahrgenommen. Und ich glaube, die Leute müssen irgendwie lernen, mit Grenzen umzugehen, mit der Freiheit. Und gleichzeitig auch mit dieser, dass die Krise, wenn wir jetzt als Deutsche gucken, was ist eigentlich bei uns Schlechtes und Schlimmes passiert in den letzten 30 Jahren, hätte sich ohne Medien überhaupt was verändert jetzt auf politischer Ebene. Muss man eigentlich sagen, nein, oder? Ja, wobei die Medien sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, also das Internet, wo jeder selber reinschreiben kann und sich einen Austausch suchen kann. Also es ist nicht nur ein Sprachrohr im Sinne einer Zeitung oder eines Fernsehers, wo etwas aufgegriffen wird und thematisiert wird, sondern das geht heute ganz andere Kanäle. Es gibt ganz andere Verbreitungswege. Absolut. Und das meinte ich auch mit dem Verlust der Distanz. Also heute kann man unmittelbar alles wahrnehmen über Twitter, der amerikanische Präsident, aber auch Erdogan, die ganzen Neonationalisten, die nutzen diese Wege und da kommen wir zu einer neuen Form von charismatischer Herrschaftsausgebung. Ja, dadurch entsteht natürlich auch eine neue Form der Hysterie. Absolut, absolut. Also weil, ich meine, früher sind schlimme Dinge passiert, die wir einfach nicht mitbekommen haben. Ja. Und heute identifizieren wir uns zu sehr mit den schlimmen Dingen. Und ich glaube auch, dass wir versuchen zu kompensieren. Und ich glaube auch, dass da so ein gewisses, uns geht es gut. Und wie können wir, wenn wir gute Menschen sind, damit umgehen, dass es anderen Leuten schlecht geht? Ja. Und was tun wir? Wir fallen in Angst. Das ist wirklich, genau, richtig. Wir verfallen in Angst. Und du hast recht, wir identifizieren uns zu sehr mit den schlimmen Dingen, die in den, ich sag jetzt mal, in den Medien aufgepauscht werden. Was heißt aufgepauscht? Das sind schon reale schlimme Dinge, aber jetzt war gerade diese Nachricht mit diesem Jungen, der da irgendwie vor den ICE gestoßen wurde. Der Boulevard hat, glaube ich, durch das Internet enorm an Präsenz gewonnen. Auch in allen unseren Köppen. Ja, ja. Und wenn du, ich habe mir letztens nochmal die Bild-Zeitung gekauft, so ein bisschen lange nicht mehr die Bild-Zeitung gelesen. Und wenn man die aufschlägt, hat das doch eine frappierende Ähnlichkeit mit so YouTube und Websites. Also auch die Strukturen, die Emotionen und Gefühle, die da so aufsteigen. Ich habe lange keine Bild-Zeitung gelesen. Sollst du mal wieder. Das muss ich vielleicht mal machen, ja. Aber das meine ich eben. Da wird dann Angst auch geschürt durch das, wie das aufbereitet ist. Es ist ein schlimmes Ereignis. Es ist ganz grässlich. Vor Jahrzehnten hätten wir das vielleicht nicht so mitbekommen, dass das dort passiert wäre. Unbedingt. Da bin ich ganz verhielt. Also es gab natürlich Zeitungen, die das vielleicht auch in irgendeiner Form berichtet hätten. Vielleicht aber auch eher regional. Also das ist ein Element. Und man kann jetzt sagen, man sollte sich irgendwie so eine Mediendiät verschreiben. Machen ja auch immer mehr Leute. Das ist aber auch eine Medienkritik. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass wir wissen, was alles passiert in der Welt. Also was es für Konflikte gibt. Und es gibt auch durch diese Weltöffentlichkeit, denke ich, gewisse Regulatorien, dass Dinge nicht mehr so passieren können. Einfach. Weil, also die Uiguren werden auch abgemurkst. Und in Syrien ist auch eine Schlachten immer noch. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Ruanda heute nicht mehr möglich wäre in unserer Zeit. Das mag sein, aber es passieren trotzdem schlimme Dinge. Du sagst es ja gerade selber. Aber es verschiebt sich natürlich. Aber ich würde sagen, wir müssen eher darüber nachdenken, was sind positive Narrative, die wir etablieren können. Und es gibt ja auch einige Leute, die das gerade tun. Ja, die sagen, okay, die Linke ist immer so kulturpessimistisch. Das ist, glaube ich, die Idee von dem. Steven Pinker heißt der, ein amerikanischer Gewaltforscher und Psychologe. Und der hat dann einfach mal Statistiken gesammelt in den letzten 200 Jahren. Wie ist das denn mit der absoluten Armut 1800 gewesen, mit der Weltbevölkerung? 90 Prozent, 10 Prozent nicht in der absoluten Armut. Heute sind ein Drittel der Menschheit in der absoluten Armut. Was war die Durchschnittsalter? Ich weiß, heute kommen die Leute alle mehr an Trinkwasser, als es in dieser Zeit war. Also es haben sich auch viele Dinge wirklich sehr verbessert. Ja, absolut. Das muss man irgendwie klar sagen. Und das ist richtig, das meinte ich mit Hysterie, dass gewisse Dinge aufgebauscht werden, sie Angst erzeugen und dann zum Beispiel nationalistische Strömungen wieder erzeugen. Und ich kann das alles nachvollziehen auch. Also, dass die Leute Angst haben und sich wieder auf ihre Scholle zurückziehen wollen, weil sie auch keine Erfahrung haben der Sicherheit. Das sieht man ja jetzt gerade sogar in Ostdeutschland. Aber gibt es überhaupt eine Sicherheit? Was ist denn Sicherheit? Naja, Sicherheit wäre die rationale Einsicht, dass meine Existenz nicht unmittelbar gefährdet ist. Aber unsere Existenz, natürlich haben wir auch... Natürlich kann Meteorit hier einschlagen. Naja, gut, ich meine, es gibt natürlich inzwischen auch jede Menge soziale Probleme, auch in diesem Land. Also es gibt eine Armutsgrenze, die natürlich... Es mag sein, dass man weltweit gesehen, dass die Armut deutlich zurückgegangen ist, aber in diesem Land hat sie zugenommen. Das ist korrekt. Und es gibt, was die Umverteilung angeht, enorm viel zu tun. Und du brauchst eine starke und bissige Linke, die das wieder auf ihre Agenda schreibt. Das wäre sozusagen auch mein Credo, dass wir irgendwie daran arbeiten müssen, anders umzuverteilen. Ja, absolut. Und es reicht ja, wenn die oberen zwei Prozent sozusagen, was heißt leiden, wenn du unendlich viel Geld hast, ist es egal, wenn man von diesem Unendlichen etwas wegnimmt. Das ist bei diesen ein, zwei Prozent ganz, ganz oben so. Unendlich ist es zwar nicht. Ja, ja, du verstehst aber, was ich meine. Also warum, woher kommen denn die Preise auf dem Kunstmarkt? Ja, dass jemand 100 Millionen für eine Arbeit bezahlt. Man kann einfach nichts anderes kaufen, was da teuer ist. Also muss das Geld ja irgendwo hingehen. Ja, das ist ja auch ein Spiel unter ein paar Leuten nur, die sich gegenseitig hochsteigern und irgendwie einen Damien Hirst oder einen Richter oder was auch immer hochpreisen. Also da geht es ja auch um Rendite immer. Absolut. Und ich muss sagen, also der, der hier, der, ob der Salvato Mundi jetzt von Leonardo ist oder nicht, nehmen wir mal an, er ist von Leonardo. 400 Millionen ist noch viel zu wenig dafür. Vielleicht müssen wir das Geld abschaffen. Nee, ich glaube, das als Verkehrsform funktioniert eigentlich relativ gut. Aber es bedarf eines neuen Denkens, wie das Geld verteilt wird und ob. Ich weiß nicht genau, was jetzt kommen wird in den nächsten Jahren mit den Grundeinkommenvorstellungen etc. Sind wir wirklich in einer Zeit des Paradigmenwechsels oder wünschen wir uns das nur? Ich kenne so Alt-68er, die auch immer dachten, das Wirtschaftssystem, das bricht jetzt bald alles zusammen und verändert sich und wir haben einen Paradigmenwechsel. Natürlich haben sich Dinge auch durch die 68er verändert. Ja, das ist ein Siegeszug, der natürlich aber auch wieder dialektisch eingeholt werden muss. Oder schon wurde auch. Ja, teilweise. Aber ich denke, ein Paradigma der Moderne ist der Begriff der Emanzipation. Und in den letzten 200 Jahren, wenn wir uns diese Erfolge der Emanzipation angucken, kann man nur sagen, Chapeau. Das ist ganz großartig. Und jetzt sind aber die nächsten Schritte stehen an. Und dadurch, dass wir sozusagen alle Verkehrsformen, alles ist extrem beschleunigt, alles ist sozusagen auch schockierend für die Leute. Die sind in Panik. Wir haben nicht dem, ich weiß vielleicht, der Begriff Panik kommt ja daher, dass man dem Pan begegnet. Dem Pan, genau. Aber auch, dass man dem Pan nicht die erste Ernte gibt im Jahr. Und vielleicht sollten wir mal überlegen, welche Ernte wir dem Pan geben können. Du hast am Anfang auch von der Distanzlosigkeit gesprochen. Das hat ja auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, es gibt so etwas wie bei Warburg, gibt es die Vorstellung eines Zwischenraums, der Distanz zu den Phänomenen. Und da findet eigentlich das Subjekt statt. Ja, ich komme also auf die Geschwindigkeit, was weiß ich, um eine Nachricht zu schicken, von hier nach Amerika, drückst du einmal, das ist dort, muss ja irgendwie, also die Geschwindigkeit der Nachricht. Früher hast du einen Brief geschrieben und der hat tagewendig Wochen gebraucht, bis er dort angekommen ist. Und heute geht das, zack. Und das ist da, also da nimmt die Geschwindigkeit zu, die uns auch unter Druck setzt, natürlich. Alles ist normal. Also eine Reise nach China war früher eine besondere Sache. Die Leute haben dich gefragt, wie war es in China? Erzähl mal. Die Person konnte ganz anders das auch verarbeiten für sich selber. Und heute hier, dort, da. Also wir verlieren, das meine ich auch mit Distanz, ja. Wir verlieren zu Performanzen, zu Vollzügen, zu Gegenständen, weil alles auch in der Verfügbarkeit durchläuft. Und die Schönheit und die Sensibilität, das hatten wir ja auch heute bei unserem Vortragenden über das Amor Fatih des Goethes, dass es da auch um ein Lob geht, ein Weltlob, wenn man so will. Und das wäre auch mein Ansatz, sich zu überlegen, welche Geschichten erzählt werden müssten, um die Gegenwart und die bestehende, relativ gut funktionierende Gesellschaft und auch die Europäische Union als Friedensprojekt zu loben. Lass uns neue Geschichten erzählen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne, herzlichen Dank. Also dem Botschafter von Arkadien ist, glaube ich, genau die richtige Person, der man sowas erzählen muss und sollte. Ich danke dir. Ich danke dir. 師